hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge um sie wir spielen heute wieder die platte und fahren die kurz zwischen oberhausen hauptbahnhof und die spi 90 zusätzliche wagen zwischen der oberhausen hauptbahnhof und potro zob wir fahren in richtung potro zob und es werden wir sind schuldig messen dass die spielen die folge etwas später kommt als das zeichnis im moment nicht geschafft habe mir sehr leid waren hier mit den stork repaint in oberhausen der verkehrsgesellschaft als gelenk und fahren nicht bis pro rathausen ist nur bis potro zob die kursvision von der spi 90 und dann wir sind in 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 Wieso lädt er ein? Ich deute meine ganzen Fahrgäste. Ich deute meine ganzen Fahrgäste. Ich bin sofort zurück, es hat nämlich geschält. Einen Moment. So, dann geht es jetzt weiter. Moin. Hallo. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke, bitte. Ja, eine Kurzstrecke. So, einmal eine Kurzstrecke. Mal. Danke schön. Bitte schön. Ja, ich hätte gerne hier ein Ticket. Einfach, ganz einfach. Einmal einmal das Ticket. Hallo. Hi. Hallo. 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 Ah, ja. Eine wachsenden Ticket, bitte. Eine wachsenden... Eine wachsendes Ticket, gerne, Madame. Eigentlich tickt der Fahrer jetzt nicht. Dankeschön. Ja. Dankeschön. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte gerne, madame. Vielen Dank. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Ähm, zack, 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 kurzkinn, kurzstrecke. Wird das heute noch was mit meinem Ticket? Ja, das wird wohl. Und das ist keine Sorge. Oh, okay. 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 Merci. Okay. Okay. Hi, 있는데. Vielen Dank. 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 Hi. Hi. Und... Vielen Dank. Moin. 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 Let's pick. Tschüss. Tschüss.